Ein bezauberndes, strahlendes Hallo, lieber YouTube-Zuschauer und Zuschauerinnen. Heute geht es um das Thema Mensa-Methode im Verkauf. Ja, diese Mensa-Methode, da gibt es überhaupt noch kein Video, wenn man in Google bzw. in YouTube danach sucht. Deshalb hier meine Erklärung, was die Mensa-Methode ist und wie man die Mensa-Methode einsetzen tut. Wir schauen uns jetzt zusammen, gemeinsam diese Methode an und ich erkläre euch im laufenden Beispiel auf dem Flipchart alle Sachen Step-by-Step. Viel Spaß bei diesem Video. Hinterlass natürlich das Band mit Daumen nach oben und vielleicht später deinen Kommentar. So. Tada, das Flipchart. Und zwar die Mensa-Methode. Nicht verstehen mit der Mensa in der Uni, in der Fachhochschule usw., wo man essen gehen kann. Nein, es ist die Mensa-Methode im Verkauf, im Vertrieb, im Allgemeinen. Und zwar gehen wir drauf ein, was die Mensa-Methode so beinhaltet. Ich habe es extra groß geschrieben. Das M steht für Merkmal. Das E steht für das Erklären des Merkmales. Das N benutzen, darlegen. Das S für das Sie im Standpunkt der adressierten Kunden, Kundinnen bzw. auch Partner. Und danach die Abschlussfrage. Und anhand eigentlich Beispieles, möchte ich euch gerne das mal erklären, wie man da folgen kann. Es ist nur ein Beispiel. Anhand eines Beispiels. Muss nicht so sein. Und zwar, wie gesagt, das M für Merkmal beschreiben. Monatisch unbegrenztes Datenvolumen. Erklären des Merkmales keine Drosselungen des Datenvolumes, wie bei 20 GB Datenvolumen. Bei 20 GB Datenvolumen ist ja irgendwann mal Ende des Monats oder Anfang des Monats wieder oder Mitte des Monats bei meisten die Knappheit, dass wir kein Datenvolumen haben. Auch bei 6 GB oder 8 GB. Am meisten reichen es ja nicht aus. Und deshalb ist die Erklärung des Merkmals keine Drosselung des Datenvolumens, wenn man das unbegrenzte Datenvolumen hat. Nutzen darlegen, das ist damit gemeint, man kann so lange streamen, wie man möchte, ohne darauf achten, auf das Datenvolumen und den Verbrauch des Datenvolumens. Die Sie, Standpunkt des Kunden zu adressieren, das bedeutet für Sie konkret, Herr Müller, Frau Meier, Schmidt und so weiter und so fort. Also das Namen des Kunden immer ansprechen, Frau Nachname am besten. Und dann noch die sogenannte Abschlussfrage. Wie wollen wir nun verbleiben und was schlagen Sie denn vor? Das sind natürlich mehrere. Ich habe jetzt beispielsweise zwei Abschlussfragen mal reingelegt. Und danach könnt ihr mit dieser Methode eure Produkte, eure Dienstleistungen verkaufen. Zum Beispiel nochmal ein anderes Beispiel zwecks dem Mobilfunkvertrag. Es gibt ja auch Rentenversicherungen. Es gibt ja auch Banken, Krankenkassen. Das kann man alles ergänzen und austauschen. Ich habe es jetzt quasi aus dieser Mobilfunkvertrags-Sache geschrieben, weil ich daraus auch meine Trainings mache, weitgehend. Aber kann das auch noch für die Möbelhausbranche machen, für die Baumarktbranche machen, für die Banken machen. Ich finde, diese Methode ist die leicht erklärste und die schnellste Methode, demgegenüber sein Produkt, seine Dienstleistung zu verkaufen. Natürlich gibt es auch noch die Plus-Minus-Variante für den Kunden, für die Kundinnen, wo man mit einbefinden kann. Und auch noch, was Konrad Atenauer schon gerne gemacht hat während seiner Amtszeit, ist die Bilanstechnik. Und zwar, er zieht Bilanz in seinen Verhandlungen, in seinen Gesprächen mit ein. Man kann es auch dazu gerne auch nochmal austesten. Aber wenn du diese Methode anhand meines Beispiels für dich veränderst und umschreibst, kannst du deinen Kunden, deinen Kundinnen von deinen Produkten, deinen Dienstleistungen überzeugen. Nochmal kurz als Beispiel. M ist Merkmal. Merkmal. Und was habe ich bei ihr gesagt? Soll ja ein Live-Sprint sein. Erklärung. Erklärung. N ist Nutzen. Es ist für sie. Und dann der sogenannte Abschluss. Ja, wenn man das für seine Produkte, für seine Dienstleistung dann als Beispiel formuliert, so dass man das Merkmal so kurz wie prägnant erklärt dem Kunden, was er von einem bekommt, dann ist schon mal für den Kunden kein Einwand da. Und dann, wenn du drauf achtest, die Erklärung des Merkmals, dass er zum Beispiel, wie bei meinem Beispiel, keine Drosselung des Datenvolumens hat, wo er unbegrenzt dann halt auch streamen muss, dann hast du auch schon gleich wieder den Nutzen mit eingebunden. Also du kannst über diese Methode sehr viele Sachen schon mit einbinden, wenn du das strukturiert bearbeitest. Ich habe es ja auch so gemacht in der Telekommerkationsbranche, aber auch für meine Produkte, sodass der Kunde gegenüber schon innerlich ja zu einem sagt. Ja zu dem Verkaufsvertrag. Ja zu dem Dienstleistungsvertrag. Ja zu diesem Beratungsvertrag. Aber natürlich nutze ich auch noch die anderen Techniken, nutze ich auch noch andere Art und Weise der Methoden. Aber über diese Methode wollte ich euch kurz und knapp darüber erzählen und wollte auch ein Video veröffentlichen, weil es noch nichts aus dem deutschsprachigen Raum gibt, was ich recherchiert habe. Aber deshalb, ja, wenn es dir gefallen hat, dann Daumen nach oben, hinterlassen, Kommentar und stell die Klobe ein. Ich wünsche dir noch viel Spaß und ja, schau dich gerne auf meinen YouTube-Kanal um. Dort habe ich natürlich weitere Videos für dich veröffentlicht und wir hören und sehen uns, respektive auch hören, ja Podcast. Das gibt es ja auch von mir in einer weiteren Folge oder Video. Bis dahin, viel Spaß beim Umsetzen. Dein Michael. Dein Michael. Dein Michael. Dein Michael. Vielen Dank.